Die zweite Lernmethode, über die ich mit dir sprechen möchte, ist die Kontextinterferenz. Fast 30% der Teilnehmenden gaben an, erst einmal einfach bis zum Erbrechen, so lange bis sie es beherrschten, zu lernen und dann erst zum Nächsten überzugehen. Wenn du ein neues Thema lernen willst und möglichst viel davon behalten, dann solltest du zeitgleich auch andere Themen in dein Lernen einbinden, um den gerade zitierten Kontextinterferenzeffekt zu nutzen. Solltest du mehrere Fächer gleichzeitig lernen und zufällig in zufälliger Reihenfolge von Fach zu Fach wechseln und erfreuliche 41% haben in der Umfrage angegeben, dass sie teilweise bis zu 5 Fächer parallel lernen. Das ist zwar anstrengender als nur einfach zu lernen, aber auch viel effektiver. Anstatt dich auf einfach zu konzentrieren und dieses so lange zu lernen, bis du es beherrschst, wähle lieber 3 Fächer aus und springe beim Lernen zwischen ihnen hin und her. Du musst sie ja ohnehin alle lernen. Durch die Verwendung eines Zufallsgenerators kannst du den Lernprozess gamifizieren und ich war erfreut und überrascht zu sehen, dass fast 40% der Befragten das schon so machen. Das ist ja auch immer noch. Das ist ja auch immer noch. Vielen Dank.